das ist wie was ich habe das zu Das ist lustig. Das habe ich gehört, er hat richtig gelacht. Zack, Alter, ich brauch nur eine Heal. Mit meiner Ulti. Was ist da gerade passiert? Meinst du, dass wir uns beiden Feind rein haben? Ja. Ja, wir haben uns beide gegenseitig mit dem Charge getroffen. Ich glaube, wir haben auch Bastion. Da können wir uns hier zusammen hinstellen und irgendwas abschießen. Habt ihr einen neuen Bastion Film gesehen? Den fand ich ziemlich langweilig. Ist ja auch Bastion. Also komm, was willst du sagen? Dem gibt es nichts, was spannend ist. Zumindest eine schöne Story hätten sie machen können. So, der hat einen Vogel. Ja, auf jeden Fall. Ah. Okay, dann hast du aber ordentlich was nachgelegt sogar. Jawoll! Das wird richtig schön. Nice. Schön gemacht. Was? Luuuuuuh! Flva! Shhh! Luuuuuuh! Mas. Eeeehhh! Hinter uns... Hinter uns... McCree behind us Wow! Reinhard, du Schlampe! Lass das mal bitte nicht zugesplittert da gleich rausgehen so ein bisschen zusammen rausgehen können und Jungs Reinhardt Schild benutzen können können wir das gleiche wie eben Hallo, hallo? Wo denn jetzt raus? Das musst du entscheiden, du bist Reinhard Mäh, ne Oder in dem Fall Raushard Hahaha Nice Leine Das hab ich gesehen Oh cool 50 Gold Geil What the fuck 50 Gold Oh god Ich putze mir aber gleich Geil Ja, den sollten wir auch jetzt aufhalten am besten Hahaha Hat er gepoppt oder hat er gepoppt oder was? Was war das denn? Ach ne, waren doch alle da Warum hat er sich so auf mich fokussiert Hahaha Hahaha Undersgut Attackers incoming in 30 seconds Psychopath I'm not a Psychopath I'm a high functioning Psychopath I'm a high functioning Psychopath Man will auch diesen Wichser move machen Stepping into the door Hahaha So, benehmt euch Kinder Hahaha Warte Hahaha 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 Das sieht immer so geil an Lalalalalalalala Marek Ja Weißt du wie meine Mutter solche Leute wie dich nennt? Hurensöhne Was ist denn? Hahaha Hurensöhne 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 Oh nein, die sind noch gestorben Bitte lass das Play of the Game werden Das war so episch Das war so godlike Auf den Spot Ja Ja Gittin Gimme shit Tag meille 哎 F F F F F F Bis zum nächsten Mal.